Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Das ist jetzt nicht passiert als auf 8 Verbleibende, Mann! Let's go, Digga! Es läuft gerade wieder ein Creator Code Pookie Gewinnspiel. Jeder der den Creator Code Pookie eingibt, hat täglich die Chance einen 50 Euro Gutschein für iTunes oder Google Play zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 30.04. und jeden Tag um 0 Uhr wird ein Gewinner bekannt gegeben. Was ihr dafür tun müsst? Ganz einfach Creator Code Pookie eingeben, dann im Shop einen Kauf mit Juwelen tätigen, das Ganze filmen per Bildschirmaufnahme oder mit einem anderen Gerät und auf Instagram in die Story hochladen und add Pookie9 markieren. Viel Erfolg an jeden und danke für den Super. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du da dabei bist. Heute gibt es wieder eine neue Folge Brawl Stars! Oh mein Gott, Leute! Heute in diesem Video, ihr habt es ja schon im Pre-Intro gesehen und im Titel und im Thumbnail, 8 verbleibende Gegenstände. Ich habe live gestreamt, einfach so ganz normal auf YouTube, auf dem Speedrun Account und ja, habe erstmal ein bisschen gezockt, habe erstmal Frank gezogen. 1, 5 verbleibende, 2, 5 verbleibende, 3, 6 verbleibende und Frank! Loll! Ja und danach habe ich noch ein paar mehr Boxen geöffnet, also wer sich generell für das Projekt interessiert, kann gerne mal meine Livestreams diesbezüglich angucken. Einfach mal Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen auch gerne, ne? Dann verpasst ihr natürlich nichts und ja, äh, genau. Dann habe ich weiter Boxen geöffnet, Megaboxen und ich würde einfach sagen, seht selbst. Erste Megabox, let's go und 5 verbleibende. Erste Megabox schon mal nichts. Zweite Megabox, 5 verbleibende. Das war die zweite, okay. Aber wir haben noch 22 to go. Dritte Megabox, nichts. Ja, vierte Megabox. Nichts. Bitte Leute, ich brauche nur 9 Punkte. Ich brauche irgendwie 9 Punkte. Die fünfte Megabox, gönn! Nein, Alter. Mach jetzt keine Faxen. Mach nicht schon wieder so wie letzte Folge, ey. Ich kann noch so viel ziehen. Wir passen nochmal zusammen. Ich kann noch ziehen. Bibi, Tara, Gene, Max, Mr. P, Spreit, Spieke, Crow und Leon. Das sind echt noch viele Brawler. Wir checken noch kurz die Wahrscheinlichkeit auf einen legendären. Weil ein legendärer würde uns jetzt direkt einen Sieg geben. 0,07, das ist nicht schlecht, Leute. Let's go. Ich will hier eine 6 sehen. Ich will hier eine 7 sehen. Ich will hier eine 18 sehen, aber keine 5. Mach jetzt keine Faxen, Supercell. Ich habe Creator Code Kooky auch drin. Das ist natürlich ganz wichtig. Ich gebe es nochmal neu an. Fürs Luck, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und das ist jetzt die siebte Megabox, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Das ist jetzt nicht passiert als auf 8 verbleibende, Mann! Let's go, Digga! Niemals ziehe ich jetzt hier gerade 8 verbleibende, Alter. Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, Digga! Was? Hatten wir das schon irgendwann mal? Hatten wir irgendwann mal schon live 8 verbleibende Gegenstände? Ich glaube nicht, Leute. Ich rufe Marvin an. Der muss das miterleben. Der muss auf den Discord kommen. Hi! Digga, das ist uns noch nie passiert. 8 verbleibende in einem Stream, oder? Ne, das haben wir noch nie geschafft. Digga, WTF? Und das auf einem Account, wo ich schon so viel gezogen habe? Oh, das ist jetzt hier am Start im Call. Ey, ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe noch nie 8 verbleibende in einem Stream gezogen. So, bevor wir uns jetzt aber die 8 verbleibenden Gegenstände angucken. Leute, noch eine ganz wichtige Sache. Und zwar am 1.5. kommt die Scheißboxer-Handyhülle in den Shop. Auf www.scheißboxer.shop oder www.merchspace.de. Das Ganze wird, wie gesagt, am 1.5. um 12 Uhr. Also ab 12 Uhr könnt ihr die bestellen. Und das Geile ist, ihr könnt auf der Website hier unten im Prinzip den Namen und den Game Tag einfach individuell anpassen. Jeder kann seinen Namen da reinschreiben und seinen Game Tag oder was auch immer man da reinschreiben möchte. Und das wird dann auf jede Hülle einzeln draufgedruckt. Also eine mega krasse Sache, Leute. Hashtag Team Scheißboxer. Ich habe jetzt hier gerade Marvin's Hülle. Der Dussel hat mir aus Versehen seine zugeschickt. Naja, auf jeden Fall. Marvin vloggt. Ihr seht schon, zack, das Kürzel und dann hier noch ein Logo. Da könnt ihr dann auch noch auswählen zwischen ein paar verschiedenen Designs. Und so sieht die Hülle aus. Die gibt es natürlich auch noch für andere Handys. Ich habe jetzt hier noch zwei Hüllen am Start. Ich glaube Samsung und das andere. Keine Ahnung, was es ist. Insgesamt gibt es über 130 Modelle. Könnt ihr jetzt schon auf der Seite gucken, ob euer Handy dabei ist. Und ja, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr euch da mal was gönnt. So, und dann kommen wir zu einer coolen Sache noch, Leute. Also, die ich jetzt hier endlich am Start habe und euch präsentieren kann. Und zwar die Scheißboxer Face Mask, Leute. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch einigermaßen. Ich nehme die mal wieder ab. Das ist eine Face Maske, also eine Gesichtsmaske mit dem Scheißboxer drauf. Das ist das erste Sample, Leute. Ich kann es euch endlich präsentieren. Da wird noch ein bisschen was geändert. Die weiße Outline vom Boxer kommt hier weg zum finalen Design. Wird sich aber nicht mehr, also die Outline wird sich nicht mehr viel ändern. Und die wird es auch bald zu kaufen geben, Leute, online. Das ist natürlich echt eine geile Sache. Weil, ey, früher oder später, denke ich mal, wird jeder eine Maske brauchen zum Einkaufen. Bei uns in Österreich ist es ja auch schon so. Und da bietet sich sowas halt mega geil an. Also, Real Talk, wer feiert das nicht? Also, ich sehe die, ich packe die gerade so aus. Digga, ich gehe viel lieber einkaufen mit so einer Maske als mit so einer komischen medizinischen Maske. Von dem her auf jeden Fall eine coole Sache. Könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch mal gönnen, sobald es soweit ist, ne? Ihr wisst Bescheid. Und, ja, that's it. Jetzt kommen wir zu den 8 Verbleiben. Let's go. Wir gehen jetzt runter. 190 Goldmünzen. Los geht's. 8 Powerpunkte für Penny. Und immer noch 7 Verbleibende. Digga, das kann. Das ist so ein Highlight hier. Live im Stream. Das schon schmeckt. Schmeckt. Okay. 14 Powerpunkte für Colt. 6 Verbleibende noch. Ich gehe ganz langsam runter. Wir müssen die Spannung natürlich am Start haben, Leute. Wir müssen die Spannung am Start haben. Oh mein Gott. Okay. Wir gehen runter. 19 Powerpunkte für Rico. 4 Verbleibende noch. Und das wird jetzt blinken. 3 Verbleibende und das blinkt jetzt schon, Leute. Jetzt geht's so hart ab. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt auf jeden Fall was Heftiges ziehen. Ich würde sagen, let's go. Wir gucken, was drin ist. Eine Star Power. Für Shelly. Ja, okay. Danach kann aber noch ein Gadget kommen. Das weiß ich. Weil ich dachte immer, Gadget zuerst dann Star Power. Aber nee. Ja! Ja! 3 Punkte. 3 Punkte. Die Kneipenschlägerin. Und noch ein Brawler. Oh mein Gott. Du brauchst einen Legandian. Du brauchst einen Legandian. Mythisch reicht nicht. Mythisch reicht nicht. Shelly ist müthisch jetzt. Nein. Mythisch reicht nicht. Aber ich habe noch so viele Kisten. Das ist erst die siebte. Achso. Oh lol. Ich habe noch, wenn ich rechnen könnte. Genug. Recht nicht nachher. 17 Stück danach, glaube ich. So. Let's go, Leute. Es muss jetzt ein Legandian werden. Drei Punkte. Das heißt, jetzt fehlen noch sechs Punkte. Genau. Mythisch gibt fünf. Wenn es jetzt ein Legandian wird, das wäre krass. Ich sage, das ist Leon. 3 zu 1 und... Nein! Oh mein Gott, das ist Jean. Oh nein! Ganz kurz gedacht, einen Moment lang, dass es Leon ist. Leute, das war die acht verbleibende Box. Und wir haben jetzt aber noch 17 Boxen, Leute. Oh mein Gott, wie geil war die. Ja, es ist so easy. Ich muss nur noch einen Punkt bekommen. Ich kann keinen Mythisch... Ich kann keinen Äpfchen mitziehen. Ich kann nur noch Mythische oder Legendäre ziehen. Und wir machen weiter mit der achten. Jonas, du musst nicht mehr zugucken hier, wenn du nicht willst. Aber... Doch, doch, ich schau gerne das zu. Aber ich mutee mal, dann wird ihr halt nicht gescheitert von mir. Fünf verbleibende. Let's go. Nächste Megabox. Nummer 9. Fünf verbleibende. Oh mein Gott, Leute. Ein Punkt fehlt noch. Ich bin bei 49. Wie close ist das bitte? Zehnte Megabox. Fünf verbleibende. RIP, Alter. Wenn der Punkt jetzt nicht mehr kommt, echt RIP. Wie viele Boxen darf ich noch öffnen? 14. 14 Stück noch. Das ist jetzt die älte. Fünf verbleibende. Wir brauchen nur noch einen Punkt. 49 Punkte bei 50 ist fertig. Fünf verbleibende in der 12. Komm. Jetzt mach keine Faxen. Gönn doch. Ich hoffe, ich kann kein Gadget mehr ziehen, weil das war jetzt belastend. Wenn es 6 ist, ich schon davon ausgehe, dass ich hier gewinne. Gewinne nämlich. Ja, ja. Muss nicht sein, dass ich gewinne. Aber wisst schon, was ich meine. Geisteskrank. Let's go. Sechs verbleibende. Oh mein Gott. Wir können jetzt finishen. Wir können jetzt finishen. Marvin. Sagst du, wird das jetzt ein Gadget oder sagst du, das wird ein Brawler? Schwierig, ne? Schwierig. Wie viele Gadgets kannst du denn ja noch ziehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Keine Ahnung, Digga. Wir haben jetzt ewig nichts gezogen. Also ich glaube, ich hoffe, es ist ein Brawler. Wenn es ein Brawler ist, dann bin ich fertig. Leute, Supercell, gönnen. Erste Starpaw. Schade, Alter. Ein Punkt fehlt doch. Warum gibt es Starpaw ist keine Punkte? 14. Megabox. 5 verbleibende. Okay. Okay. 15. Megabox. 5 verbleibende. Ey, bitte gönn doch diesen letzten Punkt. Gönn doch diesen letzten Punkt. 5 verbleibende. 17. Megabox. 5 verbleibende. Oh mein Gott, komm bitte dieser eine Punkt. Das kann doch nicht so schwer sein. 0,04 auf einen legendären. 0,26 oder so auf einen mythischen. Können nur noch die mythischen und die legendären ziehen. Bitte. 18. Megabox. Let's go, komm. 5 verbleibende. Komm, ich will nochmal die 6er sehen. Ich will nochmal die 6er sehen. Kauf einfach Tara. 19. Megabox. Ja, das wäre schön, ne? Ja. 5. Mann, warum steht da die ganze Zeit 5? Digga, kann nicht sein. Ich habe in diesem Stream 30 Megaboxen erspricht. Rekord. So viel hatte ich noch nie. Leute, 20. Megabox. 5. Oh nein, komm. Jetzt trigger mich nicht. Mach keine Faxen. 4 Boxen noch. Die letzten 4 Megaboxen. Ich muss ein mythischen ziehen. Ja, es ist schwer. Es ist schwer. 0,2699 für den mythischen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir schaffen das jetzt. Los geht's. 5 verbleibende. Der muss jetzt mal drinnen hier, Leute. Digga, der muss jetzt einmal, einmal muss da eine 6 stehen. Dann haben wir es. Einmal. 3 Boxen haben wir noch, bitte. 5. 2 Boxen noch. Das kann doch jetzt nicht sein. Als ob das daran jetzt scheitert. Als ob das an einem Punkt jetzt scheitern wird hier. Kann nicht sein, ey. Bitte nicht. Vorletzte Megabox, Leute. Jetzt gönn. Lasst noch mal alle einen Daumen nach oben da, Leute. 5 verbleibende. Eine letzte Megabox noch. Digga, die allerletzte Megabox. Wir sind bei 49 Punkten. Wir brauchen nur einen Punkt. Wir haben noch eine letzte Megabox. Wenn da jetzt... Digga, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Als ob es an dem einen Punkt scheitert. 6 verbleibende. Und... 5 verbleibende. Ich krieg das Kotzen, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich dachte, ich finische heute. Ich bin bei 49 Punkten. Digga, wie unlucky ist das denn, Mann. Ich kann auch nichts mehr... Nee. Ich krieg hier auch keine Box mehr zusammen. Alter. Das ist so belastend. Ich hab keine Worte dafür. So Leute, das war's jetzt hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne mal kostenlos. Aktiviert die Glocke. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war echt richtig, richtig geil. Ich freu mich immer wieder über 8 verbleibenden. Und ich frag mich, wann kommen die 9 verbleibenden? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.